Hi und herzlich willkommen, ich bin der Kuma, das ist Minecraft Dollar Fabrics 3 und wir haben coole Dinge gemacht letztes Mal, eine direkte Leitung hier in die Küche und zwar von unserem von unserem Garten hier hinten, das heißt wenn ich in Zukunft hier solche Dinge einsammeln, kann ich hier hinkriegen und das landet alles in der Küche, finde ich sehr praktisch, hier werden wir Seeds auslagern von dem her und jetzt machen wir das mal so So, komm Die Weed Seeds Machen wir kurz so Ganz kurz Hier muss Gras hin, habe ich jetzt gerade gesehen So, dann können wir diese wieder hier rein tun, die nehmen wir wieder mit und andere Dinge, die wir nicht brauchen und dennoch dabei haben aber in die Küche transportieren lassen möchten können wir jetzt einfach hier reinschmeißen Ich finde das geil Sehr schön Das brauchen wir auch nicht, denke ich nehme mal mit Gut, dann lass uns mal gucken Wir haben ja irgendwo noch unseren Stall Der will hier unten Jetzt müssen wir ein bisschen Kuhliebe machen hier Ist auch gelungen eigentlich, ne? Wenn ich das so angucken Was haben wir denn hier noch? Interesting Verschiedene Woods Ein bisschen Schnüre Ein bisschen dieser, ein bisschen das Hemlock Traptor Ne, Traptor sind immer die falschen Die möchte ich nicht haben So können wir das hier lassen Zwei Baukästen haben wir noch Was ist das hier? Oak Fenzen Also komm, wir machen jetzt das mal so Und machen hier So, eins Müssen wir einfach nochmal zwei haben Komm, eins, zwei So, wunderbar Einmal hier Einmal hier Sehr gut Hi, Kuhis Komm, mach Liebe Ihr Gut Ich brauche acht Leder Komm Vermeert euch Noch jemand Wer hat noch nicht? Wer hat noch nicht? Wer wird nochmal? Oh, so viele kleine Kühe jetzt Schön Und eigentlich fast schade Was ich jetzt machen muss Komm, ich da wenigst Leder Das lohnt sich eigentlich fast nicht so Ich brauche ein besseres Schwert Die einfach immer wieder kommen Gar kein Leder bekommen Jetzt Gar kein Leder bekommen Das ist eigentlich tragisch, ne? Was ist das hier rein? Ne, ist es nicht Mer Mer Ah, scheiße Wie bekommst du denn sonst Leder? Wie bekommst du denn sonst Leder? Untamed Leather Leather Tanner Was ist das denn? Leather Stripes Rabbids Chemical Reactor Oh Ashes Ashes ist wieder Schwierig zu bekommen Chemical Reactor Ja, das ist wieder Krasse Scheiße hier Echt Nee Kann ich nicht machen Oh Zweimal Rotten Flasch Gibt ein von denen Und mit denen Kann ich im Ofen Oh Warum hat mir das keiner gesagt? Wie gut Wie gut ist das? So einfach war es ja noch nie Also zeigen wir mal Das heißt wir müssen jetzt In Zukunft dankbar sein Für die Zombies Lass mal gucken Wir hatten doch irgendwo noch Ein bisschen Zombiefleisch Schauen wir hier Zombiefleisch Einmal Aha Einmal Leder Das ist auch gut Auch nicht schlecht Für unsere Pläne Hier Zeig mal hier So Schon geil Also ich finde es super Dass wir das jetzt so haben Fleisch Alles klar Haben wir denn nicht irgendwie mal irgendwo Wir waren doch schon unten Haben wir das unten gelassen In In der bösen Bösen Welt da Ich müsste ja nochmal ganz Ganz nach oben gehen Ich dachte mir Wir hätten irgendwo Zombiefleisch Nee auch nicht Auch nicht Kann das sein Wir haben nur ein Zombiefleisch Wir haben doch mindestens schon 20.000 Zombies getötet Im Nachtisch glaube ich nicht Da auch nicht Habe ich die unten In Zwischenlager gelassen Ist das Echt so Scheint so Scheint so zu sein Der Händler stimmt mir zu Da haben wir einfach zu wenig Zombies getötet Dass wir ja jeweils irgendwie eine vernünftige Anzahl Fleisch bekommen hätten Kann natürlich auch gut sein Muss ich ganz ehrlich sagen Oh 7 Nice Was haben wir hier noch Alles gut Alles gut Alles gut Dann Schlafen Jetzt müssen wir mal gucken hier Das heißt Wenn ich die hier so platziere Ah Infusing Der Infuser Und den Infuser haben wir doch Moment mal Zwei Fleisch gibt ein Leder Das heißt Wenn ich jetzt den Rucksack haben möchte Ich habe doch einen Infuser hier Sommel Kompressor Ich schaue jetzt mal an Wie gut Okay Interessant Jetzt habe ich drei von denen Lass mal den mal hier drin Zeig jetzt mal Im Ofen Backen Und drei Leder bekommen Das ist ja super Da habe ich schon vier von Acht Oder Das ist der kleine hier Das ist schon spannend Was ich jetzt hier sehe Vier von Vier von acht Schön Hier ist auch nichts Gut Dann machen wir es so So Da machen wir ein paar Kartoffeln Und da gehen wir direkt nach unten Würde ich sagen Weil Wenn wir natürlich von Zombie Fleisch Effektiv Von Zombie Fleisch Effektiv Dann Dings bekommen Leder Dann würde das uns ja Helfen In jeder Hinsicht Auch Kühe zu Zu bewahren Also Zu schützen Save the cow Quasi Schon spannend Das ist schon spannend Was wir jetzt hier entdeckt haben So Dann Wie viele Spitzacken haben wir denn Lass uns mal ein bisschen vorbereiten Hier Entschuldigung Du gehst da rein Und du da Das können wir auch hier lassen Erde nehmen wir mit Das rein Das nehmen wir mit Das weg Vielleicht müssen wir noch ein paar Fackeln machen Ich will haben wir 45 Ja ginge eigentlich Wenn ich das gewusst hätte Echt Dann Wie sieht es aus Mit Denki Die hat natürlich auch noch Zu viel Von allem Das weg 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 Das ist okay Dirt Behalten So Das ist nicht schlecht Gut So Bedeutet Ich brauche ein bisschen Schwert Habe ich Das ist gut Wir haben Schlafsack Wir haben ein bisschen Holz Die Hau Muss ich eigentlich nicht auf mir tragen Das Galena Ohr Dacht schon Wir hätten das Powder Gut Dann haben wir hier Eisen Ist okay Du gehst weg Du bleibst hier So Dann Was haben wir noch Lass mal gucken So Schaufel Ist okay Hammer haben wir noch einen Auch gut Ja Ja ich denke das könnte Eigentlich so für Den ersten Augenblick Gar keine schlechte Grundausrüstung sein Noch ein bisschen Äh Hier Kartoffeln Nice Da gehen wir mal runter Ins Vergnügen Würde ich sagen Jetzt ist die Frage Wir haben mehrere Möglichkeiten Die Gneitkohle Habe ich Übrigens rausgefunden Was man machen kann Mit Ja Zeige ich euch Nächstes Mal Oder Übernächstes Mal Also das ist hier Und hier gibt es natürlich Noch den anderen Weg Hier ist offen Echt Da geht es noch Hier darf nicht offen sein Wart mal So So Jetzt soll ich hier den Denki Noch kurz einstellen Bei Pick Up Tag Kann man gleich mal Ressourcen holen Von dem ist super So und jetzt Ab heute Und jetzt muss ich leider Wirklich Mit Reduziertem Spaß arbeiten Denn Leute Ich bin bald in den Ferien Und ich muss noch so viele Dinge tun hier Damit ich euch nicht im Stich lasse Schild haben wir keins Ist mir jetzt gerade aufgefallen Da steht schon der erste Flitze Bogen Mann Oje Ich muss ein Schild haben Wie mache ich das denn schon wieder Warte mal kurz Amor Kann ich das hier so machen Oder was Oder was Komm Oh was haben wir denn hier Stone Das ist ja auch geil Also komm Machen wir das mal so Einfach Zur Sicherheit Gut Also nächstes Mal Stützen wir uns hier Ins Glück Bis dann Kuhmann ist weg Ciao Tschau Tschau Vielen Dank.